Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer auf WXW-NAU, hier in der Steffi in Oberhausen zu WXW We Love Wrestling 4. Wir haben ein vollgepacktes Programm, Christian. Heute Abend startet die Trial Series von Ender Cara und sein erster Gegner ist niemand Geringeres als Fast Time Mudo. Der WXW-Shotgun-Champion Norman Haras wird seinen Titel verteidigen und zwar gegen Hector Invictus. Und ebenfalls einen Champion sehen wir heute in Action. WXW Unified World Wrestling Champion Bobby Gantz tritt an gegen die Rotation. Außerdem erleben wir ein Rematch vom WXW-Catch Grand Prix 2020 im Il Sitoshi vs. Tristan Archer. Und außerdem kündigen wir heute Abend an, welche Tag Teams am WXW World Tag Team Title Tournament teilnehmen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017